Das ist insane. Moin Leute und Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem neuen Video, ihr habt es schon gesehen im Titel. Heute ist es mal wieder soweit. Tatsächlich haben mir zwei Kollegen gemeint, die haben das echt richtig gefeiert. Und deswegen schauen wir uns mal wieder ein altes Highlight-Video von mir an. Aber diesmal nicht alt im Sinne von alt, denn dieses Video ist von vor drei Jahren. Ist trotzdem alt. Ist What The Fuck Moments 8, mein erstes What The Fuck Moments, wo ich glaube ich schon Premiere Pro benutzt habe. Deswegen schauen wir da jetzt rein. Let's go. Acht Minuten purer Fun. An die Leute, die nicht wissen, was What The Fuck Moments ist. Es ist halt einfach eine geile Zusammenfassung von meinen heftigsten Plays und witzigsten Momenten. Hat er auch immer noch so eine kleine Babystimme? Ja. Johannes, haltet Fris, der ist männlicher als du. Ja, ich war. Hä? Du kannst ja noten so, du siehst aus wie meine Schwester. Geil. Digger, Bro, also da ist ja was ganz falsch gerade. Anscheinend nicht, Digger. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe das hier zu klein, oder? Nö, das ist bloß. Wer ist auf die Sire? Hab sie! Ja! 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 Digger, 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 Junge. Ach, Junge, gar kein Problem. Boah, Alter. Digger, das will ich jetzt nur noch sagen. Alter, sogar mit Ziesel zu den fucking Veel. Nice, Digger. Warte, warte, warte. Warte, warte, hier noch. Warte, warte. Nein. Dreckig, Digger. Das ist so. Mondkarten. Ja. Mondkarten. Ja. Mögen, Augenringe, Mondkarten und Weiß. Bin halb ab, bis der Mond wieder da ist. Ich habe so viel Spaß. In meinem Kopf. Nicht mehr lang. Und dann bin ich on top. Brauchen keine Faus um die Genskoma zu schad. Alter. Aber mindestens habe ich ein Highlight für Digger. und weiß immer im rhein und zwar ohne zu schlafen aber wichst da rein digga, das ist so wunderschön war so schön reingewingst digga 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 wie lange gehen meine highlights hier hab drei leute hab vier leute, hab fünf leute hab sechs leute, digga, was ist los, weil ich bin die beste seien die man hier gesehen hat muss man mal ganz kurz sagen digga, es sieht so nubig aus, aber das ist alles platin, das ist alles platin das war damals platin und, ja gut, selbst auf pc, platin war damals nicht so krass ich weiß nicht warum, platin war damals so ein standardrang und ich hatte den gamesense und das, ich hab glaube ich auch nur mit goldspielern gespielt, ich glaube das war eher das problem wieder beast batunga aber das kommt in den overwatch, what the fuck, bei uns digga ohhh ja, gold und platin alter guck dich, das sind immer alle gold und platin wir haben halt leon, deswegen ja, ja, ok, dann wird er also hart gekontert ja, ja, ok, dann wird er also hart gekontert ja, ja, ok, dann wird er also hart gekontert ja, ja, ok, dann wird er so hart gekontert das ist so ehrenlos ich kenn diese tracer, ne hab sie, hab sie, hab sie, hab sie hast du Granate bereit? hast du Granate bereit? ok, 3 ja, ja, schon Lelu 12 und Jonathan 007 ich glaub's nicht ist es der Almdudler? der Almdudler? ne, 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 ne er ist schon Almdudler Almdudler war mein main getränk damals immer ja oh, sorry es war Almdudler ja und jeder wusste es jeder wusste es egal was ich getrunken hab es war Almdudler ja, was hat der versucht, der ja noch mal 2 Minuten nein alter, warum ist denn hier eine dreckige Anna weil der Reef hat Tick ja, aufwendig ja, da hast du mal ne Beute im Gesicht, jungen ja, ok, jetzt hat er ja, das war so Karma was 10 Kilometer von mir fehlt äh äh was ist mein mein den ouais was ist, ich meine das ist mal im er he Das seh ich nicht in nem Highlight-Video. Heilung, bitte? Nee, ne? Nee, ne? Nee, nee. Ich hab mich noch nie so auf dem 6er-Kill gesehen, Digga. Ich hab mich noch nie... Alles abgestopft. Nein, ne, ne. Die Alte-Stan. Oh, Digga, das ist... Digga, ein Stück nach rechts. Was? 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 Was für dreifach-Kill, hä? Alter Best-Shift. Oh, nein, 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 nein. Ja, ist, 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 ist! Oh, ist, 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 ist! Oh, will ich sein, oh, mein Gott! Könnt ihr den Ball grad empfingen? Das ist insane. Ja, da haben wir den Darten gelegt. Lois, 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 Lois... Braum nicht. Digga, das das... Ich hab ihn mal im und zwar von ihm und schloppt! Ja, du hast gesloppt! Oh, Digga, der gotlose Sleep. Oh, ich habs in mein Leben! Oh, ich mach auf Wollen! Oh, mein Gott, Benedikt! Oh, mein Gott, Benedikt! Oh, mein Gott, Benedikt! Ebok, Benedikt! Banner einfach rein, Digga, ich heil dich ruhig! Baner einfach rein, ich heil dich ruhig! Ah, da kann ich dich nicht mehr hören! Ebolos, der König! Benedikt, oder? Ebolos! Ebolos, der König! Alter Digger, was? Dann kann ich auch locker drauf sitzen. Wuh, Baby! Oh, mein Gott, du bist so geil, Henrik! Oh, mein Gott, ihr seid so scheiße, Alter! Ist das aber auch geil, weil das war noch der krasse Junk Retire, da wo er wirklich alle Leute irgendwie in Range getötet hat. Jetzt ist er ein bisschen schlechter geworden. So, treffen wir auch heute mal. Oh, der alte Roadtogger, gut, der war auch. Oh, wenn der Song kam, dann kann immer was Gutes. Dreieck drücken. Aber waren sechs, sieben auf. Das war halt damals in der Freundesgruppe mein Signature. McCree holt von hinten. Muss man sich mal vorstellen, so ein Scheiß. Aber gut, egal. Baran war unser Genji-Man, aber der war auch im Zähn. So. Und da, einer der berühmten Mr. Hendrixons Backdoor. Durch die Backdoor geht. Ach, Digga, das können wir auch voll schön. Ey, hinter euch, hinter euch. Leute, chillt mal. Chillt mal, Leute. Leute, chillt mal. Was ist? Ähm, C9. C9, ich hab C9 gemacht. Das war kein C9, du Bastard. Was heißt das? Digga, Leon. Aber doch, keiner. Ich verstehe es nicht. Allerdings da ein. Das ist aus. Das ist ein Netzwerk. Verlassen. Ich verstehe es nicht. Oh, so, wo ist es raus? Geil, 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 geil. Kann man sagen drüber. Und das alte Intro, das muss ich auch noch hinnehmen. Alter, holy shit, holy shit. Warum mach ich eigentlich immer den hier? Fällt mir gerade um. Egal. Geiles Video. Ja. Geiles Video. Geiles Video. ... ... ... ... Vielen Dank.